Tony ist ein junger Mann von 27 Jahren und seit seinem schweren Motorradunfall vor sieben Jahren Rollstuhlfahrer. Dies jedoch hat seinen Lebensmut in keiner Weise niedergedrückt. Nur zwei Jahre nach seinem Unfall saß er wieder auf einem Motorrad. Jetzt ist da meine Frisur auch, am grünen Morgen. Im Vorjahr unternahm Tony Garda mit einer Alleinreise, zum Nordkap und zurück. Er ist, wie der Film eindrucksvoll zeigt, ein durch und durch optimistischer Mensch. Mit Tony nach Island. Das ist eine heitere Dokumentation über drei Dinge. Zunächst über diesen begeisternden jungen Mann, aber auch über die gewachsenen Möglichkeiten für Behinderte, ein normales Leben zu führen, ja sich sogar auf durchdachte Abenteuer einlassen zu können. Und natürlich ist dies drittens auch ein Film über die Schönheit Islands. Nicht viel geht auf dieser Reise einfach und glatt. Zunächst sind es technische Schäden, die Tony selbst behebt. Dann dauerhaft schlechtes Wetter, gefolgt von Zeitdruck. In all diesen Situationen hat die Kamera seinen grenzenlosen Optimismus eingefangen. Auch im Kontakt mit vielen Reisebekanntschaften, die mehr als einmal ebenso ungläubig wie bewundernd das Gespräch suchen. Ich habe ihn als Kameramann begleitet und meine liebe Mühe gehabt, folgen zu können. 21 Tage waren wir auf Norwegens und Islands Straßen und Wegen unterwegs. Noch nie zuvor habe ich einen in jeder Lage so heiteren, hilfsbereiten und lebenshungrigen Menschen mit meiner Kamera verfolgen dürfen. Na dann, gucken wir mal rein. Ja. Tony begeistert ganz sicher ein breites Publikum. Behinderte und Gesunde in gleicher Weise. Abends zum Bett will ich den Dach. Tony erzählt dem Zuschauer seinen Unfall, dessen Folgen und seinen Umgang damit. Und er tut dies so, dass andere Behinderte davon partizipieren können. Mein Name ist Jorn Snorrasson. Jorn Snorrasson. Ja. Vielen Dank, Jorn. Sie sind willkommen. Lassen Sie sich begeistern von einem Film, der wirklichen Kämpfergeist und fühlbare Lebenslust zum Ausdruck bringt. Nachhaltige Sprechland. Hal Gott. Ich freue mich. Schule,iken. Wenn man hat dasground. die Mäggeist ellen sind nicht auf loyalisenden haben. Bis zum nächsten Mal. Darum EU Marin